Norddeutscher Rundfunk 2021 Eine extra schwere Ladung kommt jetzt nach oben. Was machst du da, Bagi? Ich werde mir ganz Hochhausen ansehen. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Heppo, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich werde einfach die ganze Zeit hier drin bleiben. Hier kommt eine extra schwere Ladung für ganz oben, Winzi! Jetzt kommt noch mehr! Krankraft! Ich fahre hoch, ich fahre hoch, ich fahre immer noch hoch. Oh nein, das ist ja höher als ich dachte. Kannst du was sehen? Da oben? Kannst du ganz Hochhausen sehen? Hallo, Bagi? Ja, alles, Budde. Oh, und wie sieht es dort aus? Oh! Äh, ihr seid ganz schön weit unten. Ich glaube nicht, dass es ihm so gut gefällt da oben. Okay, jetzt müssen wir noch die Fahrstuhlkabine anbringen und... Ist das Bagi, der da ruft? Oh nein! Oh nein! Was macht er denn da oben? Es klingt, als ob er das selbst nicht mehr so genau weiß. Oh! 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 Bleib in der Mitte, Bagi! Dann kannst du das Gleichgewicht besser halten! Oh nein! Oh! Oh! Winzi! Du musst den Lastenaufzug runterlassen, Bagi ist an Bord! Okay, Bob! Ich lasch ihn runter! Oh! 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 Du meine Güte! Oh nein! Wow! Oh! Oh nein! Wo fährt er hin? Hallo! Bagi, ist alles okay? Oh nein! Ich balancier auf dem Gerüst! Aber ich bin nicht gut im Balancieren! Was sollen wir nur tun? Ich hab eine Idee! Winzi, lass den Aufzug runter zu mir! Wendy, wir brauchen unbedingt das Schweißgerät! Ist gut, Bob! Ich hol die Schutzmasken! Okay, und jetzt? Hol mich hoch, Winzi! Wir sind fast da! Halte ihn ruhig! Langsamer werden! Und Stopp! Perfekt! Bagi? Bob? Ich möchte, dass du jetzt vorsichtig auf mich zurollst! Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen! Doch, das musst du! Ich will dich runterbringen! Es tut mir wirklich leid, Bob! Gleich kommt die Bürgermeisterin zurück und wir sind nicht fertig! Es wird alles gut! Komm schon! Beweg dich einfach auf mich zu! Wow! Ihr bitte sehr! Die fridiliziöse, shaketastische Überraschung! Versuch Nummer eins! Das ist wirklich shaketastisch! Hm... Ähm... Es ist ok-tastisch! Hm... Nur ok-tastisch? Ich würde gern mehr hören als ein ok-tastisch von Bob! Na gut, dann mischen wir... Etwas Neues! Ich mische keinen normalen Beton! Das sehe ich gar nicht ein! Heute werde ich den unglaublich buggy-tastischen Überraschungsbeton mischen! Äh... Glaubst du, dass Schleppo damit einverstanden ist? Schleppo! Muss das doch gar nicht wissen! Äh... Hallo Schleppo! Fangen wir mit dem Mischen an! Denk immer dran, Buggy! Du musst die Menge der Zutaten richtig zusammenstellen, sonst klappt es nicht! Zwei Säcke Zement, zwei Säcke Schotter, einen Anteil Wasser, einen Sack Sand! Alles klar, Schleppo! Hab verstanden! Ach... Es geht doch nichts über den normalen Beton! Außer natürlich der buggy-tastische Überraschungsbeton! Hä? Oh, ich habe das nicht gerecht! Oh! Oh... 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 Also, Wendy, was hältst du von Versuch Nummer drei? Ist das das leckerste Getränk von allen? Sie waren alle sehr lecker. Dieser hier war eine ganz tolle Mischung aus süß und sauer. Der da war wie ein Feuerwerk im Mund. Und der da war echt sowas von erfrischend. Einfach herrlich. Oh, also waren sie nicht schlecht, Bob. Hm, ähm, dieser war irgendwie, ähm, irgendwie rosa? Rosa? Hm. Wir gehen jetzt, Freunde. Morgen früh machen wir den Rest. Das wär's. Damit ist die Giraffe in ihrem neuen Zuhause sicher. Heppo muss nur noch die letzten Steine rüberheben, Leo. Wo soll ich diese Blätter abladen, Bob? Das ist das Futter für die Giraffe. Bring es einfach rüber zur Aussichtsplattform. Aha! Kannst du bitte die letzten Steine rüberheben, Heppo? Okay, Leo. Hier kommen sie. Sieh mal, Heppo. Da ist die Giraffe. Sie ist da. Willkommen im Bauheimer Zoo, liebe Giraffe. Oh, ich kann sie nicht sehen. Und ich kann mich nicht bewegen, weil ich beladen bin. Warte hier, Heppo. Ich helf den anderen, die Giraffe ins Gehege zu lassen. Aber, Leo. Sie ist so groß. Oh nein. Ich will sie auch sehen. Sie ist unglaublich. Es muss doch ein Loch geben. Vielleicht, wenn ich nah genug rankomme. Wenn ich doch nur durchgucken könnte. Hallo. Was machst du denn? Es tut mir wirklich leid, Bob. Ich wollte doch nur die Giraffe sehen. Durch den Krach hat die Giraffe Angst gekriegt. Sie ist weggelaufen in den Zoo. Oh je. Ich habe alles kaputt gemacht. Und meinetwegen ist die Giraffe weggelaufen. Keine Sorge, Heppo. Ich bin sicher, das kriegen wir schon wieder hin. Wendy und Leo, könnt ihr den Zaun und die Aussichtsplattform reparieren? Und Buggy, hilfst du ihnen? Okay, Bob. Und wir anderen teilen uns auf und suchen die Giraffe. Okay, Bob. Und wir sehen uns auf. Nun machen Sie schon, Herr Brauer. Wenn ich so lange lächle, wird mein Gesicht noch starr. Ja, sehr schön. So ist es gut. Hoffe ich. Na, wie fühlt sich das an, Buggy? Einfach toll. Du weißt, ich liebe ihn, den Da-Da-Da-Da. Buggy, das Werkzeug heißt Bohrer. Das kannst du dir leicht merken, weil du damit gut durch Beton bohren kannst. Oh ja, das weiß ich doch. Kann ich jetzt anfangen, Bob? Kann ich anfangen? Ich bin so aufgeregt. Ich werde nervös, wenn Buggy so aufgedreht ist. Er ist jedes Mal aufgedreht, wenn er mit dem Bohrer arbeitet. Was ist der Bohrer? Der Da-Da-Da-Da. Nein, der Da-Da-Da-Da ist der Da-Da-Da. Nein, das ist nur das Geräusch, das er macht. Er macht ein Geräusch. Der Da-Da-Da-Da. Ich meine der Bohrer. Hör mal, sei einfach nicht zu aufgedreht, bitte. Also, Buggy, du musst bis zur Schnur hier bohren, sonst kann das Regenwasser nicht richtig abfließen. Verstanden? Ja, verstanden, Bob. Kann ich jetzt anfangen? Ich will was kaputt machen. Ich meine, vorsichtig kaputt machen, natürlich. Darf ich? Bitte, 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 bitte. Okay, Buggy, aber zuerst musst du mir eine Frage beantworten. Welche denn, Bob? Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Schön langsam, Buggy. Wir müssen nicht bis zur Mitte der Erde graben. Ist das tief? Oh! Pass auf, Buggy. Ich meine nur, sei vorsichtig mit dem da-da-da-da. Oh, ist ja gut. Du musst nicht so schreien. Das macht so viel Spaß. Tja, sie geht, Bob. Sie geht nur nicht so, wie es sein müsste. Ich seh mal nach. Nein, nein. Ich glaub, ich weiß, wo das Problem liegt. Ich drück diesen Knopf, schalte den Strom ein. Neuer Versuch und los geht's. Sieht gut aus. Tja, siehst du, manchmal geht es ganz schnell. Äh, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das Ganze sollte ich doch lieber dir überlassen. Äh, das sollte eigentlich nicht passieren, oder? Nein, sollte es nicht. Und jetzt ist Leo eingeschlossen. Äh, ah, fürchtet euch nicht. Euer Prinz schaffe viel, schafft alles. Ich werde das Fallgitter einfach wieder hochziehen. So. Das Fallgitter ist zu schwer, Leo. Das können nur zwei Personen schaffen, die es gleichzeitig hochkurbeln. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen. Und noch ein Abenteuer für den furchtlosen Prinz schaffe viel. Haha. Haha. Was war das? Ja. Was ist los, Leo? Hier ist noch jemand. Ich glaube, das ist ein Geist. Ein Geist? Ein Geist? Jetzt seid doch nicht albern. Sowas wie Geister gibt es nicht. Oder doch, Bob? Natürlich nicht. Du kannst mir keine Angst machen, Geist. Du bist kein Gegner für den edlen Prinzen. Schaffe viel. Gah. Du musst dir keine Sorgen machen, Leo. Es ist alles in Ordnung. Also bleib bitte einfach nur ganz... Hilf! Ruhig. Rühr dich nicht von der Stelle. Ich hab einen super Plan, um dir zu helfen. Das ist toll, Bob. Und wie sieht der aus? Äh, das weiß ich auch noch nicht so genau. Bob, wenn uns nicht schnell etwas einfällt, können die Leute heute Abend beim Fest nicht auf das Burggelände. Wenn ich nur auf die andere Seite käme, das muss ich doch schaffen. Dann könnten Leo und ich das Fallgitter gemeinsam hochziehen. Oh, ich hab's, Bob. Du kletterst in meine Schaufel und ich werfe dich über die Mauer. Genau wie einen großen Sack Zement. Äh, danke, Buggy. Aber versuchen wir es mit Plan B. Ich hatte gerade eine Idee. Und wenn das hinhaut, werden wir Leo befreien und das Fallgitter rechtzeitig zum Fest wieder hochziehen. Aber wir müssen gemeinsam als Team arbeiten. Dazu brauchen wir Mut, Entschlossenheit und eine Menge Schmieröl. Können wir Leo retten? Ja! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Zuerst müssen wir die Zugbrücke reparieren, damit sie hält, wenn Buddel drüberfährt. Okay, Buddel, schieb das Fallgitter so hoch, wie du nur kannst. Oh, oh, das ist schwer. Lass es nicht los, bis ich jetzt sage. Jetzt? Und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Vielleicht wäre es besser, nur schnell ein Brötchen da im Café zu essen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin immer etwas unruhig, wenn mich irgendjemand vertritt. Oh, Papa, komm schon. Das ist doch nicht irgendjemand. Das ist Bob. Du hast doch heute Geburtstag. Wir essen gleich im supertollsten Restaurant von Hochhausen. Na los, entspann dich. Genieß es. Aufzug fährt nach oben. Ich bin entspannt. Langsam, sachte. Sehr gut, Heppo. Ein bisschen mehr nach rechts und jetzt ganz gerade runter. Perfekt. Gute Arbeit. Oh, was für ein super riesiges Werkzeug. Wir Mechaniker kennen uns mit sowas aus. Ich könnte problemlos ein Auto reparieren mit Hilfe so eines Teils. Was erzählt Buggy denn da? Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, er versteht es selbst nicht. So, die letzte Dachplatte ist auch eingebaut. Jetzt müssen wir nur noch das neue Leuchtschild aufhängen und das Gerüst entfernen. Sieht aus, als wenn Charlies Überraschung rechtzeitig fertig wird. Falls nichts dazwischen kommt. Hallo. Kann mir jemand behilflich sein? Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Was soll ich heute für euch kochen? Ähm, was geht am schnellsten, Fritti? Am schnellsten? Oh, das Minutensteak. Das dauert eine Minute. Das hätte ich gern. Was nimmst du, mein Sohn? Jetzt lass den Arm mal nicht warten. Wir müssen auch möglichst schnell wieder zurück. Ähm, aus was sind Spinatnudeln gemacht? Aus Spinat und Nudeln. Ah, okay. Hört sich gut an. Und, ähm, Schinken-Pilze-Pizza. Was ist das? Hm, das ist eine Pizza mit Schinken und Pilzen drauf. Was sonst? Und das hier, Burger und Pommes. Ist das... Pommes und ein Burger. Hm, lecker. Äh, ich glaube, ich nehme das alles. Wie alles? Jetzt? Ich habe einen Bärenhunger. Okay, Herr Brauer. Ich glaube, der Reifendruck stimmt bei allen Reifen. Ja, aber der hier könnte vielleicht etwas mehr vertragen. Äh, was sagst du, Philipp? Sehr richtig, Herr Brauer. Okay, na gut. Noch ein kleines bisschen. Noch etwas mehr. Noch etwas mehr. Halt! Nein, das war jetzt zu viel. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet. Aber natürlich. Natürlich war es. Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt. Du hast recht. Oh, dahin gehört das Teil also. Oh ja. Fantastisch. Fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oskar. Und jetzt? Oskar, sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oskar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Könnten wir nicht einfach... Oh, tja, ähm... Oh, in Ordnung. Hier ist es. Hier, Oskar, ein leckeres Wurstbrot. Braver Hund. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben dem Mann viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut. Schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlagt ein. Wow, es sieht schon fast wie ein richtiger Berg aus. Es ist aber noch ein bisschen langweilig. Wir sind noch nicht fertig, Buddel. Der Berg muss noch viel natürlicher aussehen. Deswegen haben wir noch einige Bäume und Sträucher bestellt. Der Vorteil ist, sie verhindern, dass die Erde weggespült wird, wenn es regnet. Komm, Leo. Wir gehen und holen die Bäume. Und ich werde Jenny sagen, wie weit wir sind. Buggy, du hast jetzt die Aufsicht. Danke, Bob. Leg noch ein paar Steine und etwas Erde auf die obere Schicht. Aber staple sie nicht zu hoch, okay? Okay, Bob. Fertig. Hm, es ist nicht so hoch, wie ich dachte. Ich finde, er könnte höher sein. Dann kann man ihn noch mehr bewundern. Äh, Buggy, wir sollten ihn nicht zu hoch bauen. Es ist ein Berg, er muss groß sein. Aber was ist, wenn Bob das nicht will? Ein großer wilder Bär braucht einen großen Berg, damit er sich wohlfühlt. Kommt schon. Nur noch ein kleines bisschen höher. Na gut, okay. Wenn der Bär sich dann wohler fühlt und nicht mehr ganz so wild ist. Heppo, solange es nur ein kleines bisschen höher wird. Ja, legen wir los. Was? Aber wir sind nicht fertig. Bob, Bob. Was ist los, Jenny? Es geht um den Bären. Oh nein, sag nicht, dass er nicht kommt. Doch, er kommt. Nur er kommt nicht wie geplant nächste Woche. Er kommt schon heute. Was sollen wir nur tun? Nein, nein, er ist noch nicht hoch genug. Ich dachte, diese Steine sollten um das Becken gelegt werden. Wir brauchen noch ein paar mehr. Also ehrlich, Buggy, der Berg ist jetzt ziemlich hoch. Weißt du was? Echte Berge sind noch hundertmal höher. Und er soll doch so echt wie möglich aussehen. Du möchtest doch nicht, dass der Bär traurig ist, oder, Heppo? Oh, äh, nein, natürlich nicht. Dann bauen wir den Berg höher. Äh, ich glaube, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Hier kommt noch ein Stein. Jetzt kommt die nächste Schaufel. Mach dir keine Sorgen, Jenny. Wir liegen gut in der Zeit. Wir kriegen das Gehege rechtzeitig fertig. Und Buddel hat gewonnen. Mit einem weiten Wurf. Oh, wie aufregend. Ich werde ganz rot im Gesicht. Du bist doch sowieso rot, Buddel. Gut gemacht, Buddel. Freunde, ich brauche euch jetzt alle vor Ort, bitte. Gib uns noch einen Moment, Bob. Zuerst muss ich noch einen Rekord brechen. Jetzt kommt nur noch ein Wettrennen über den Parkplatz. Sportler, startet eure Motoren. Achtung. Fertig. Los. Ja, genau wie Sarah sagt. Gib niemals auf. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Das war nicht so schwer, wie ich dachte. Bucky, was hast du denn hier angestellt? Entschuldige, Bob. Ich wollte nur ein Rekord brechen, genau wie Sarah. Tja, das mit dem Brechen hast du geschafft. Oh nein, der Hindernislauf ist in einer Stunde und wir sind nicht mal mit der Seilbrücke fertig. Oh nein. Wir haben noch eine Chance, Team. Wenn wir jetzt zusammenhalten, schaffen wir es, das alles wieder zu reparieren. Peppo, du bist unser Gewichtheber und sorgst für die Kraft. Alles klar, Bob. Und Buddel, deine starke Schaufel ist gefragt. Schon bereit. Was ist denn Buggy? Ich habe alles durcheinander gebracht für den Hindernislauf. Und bei der Weltmeisterschaft war ich auch nicht gut. Und Buggy? Ja, Bob? Du bist hier der echte Alleskönner. Ich brauche deine Schnelligkeit und deine Geschicklichkeit beim Ausgraben. Alles klar, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das höre ich gern, Spotzfreunde. Ich brauche deine Schnelligkeiten. vergesst eines nicht leute das wichtigste bei einem hindernislauf ist spaß zu haben und es euren brokkoli das kann ich gar nicht aber ich wette du kannst das hier ich glaube ich habe die falsche figur zum tanzen ach so ein quatsch jeder tanzt so wie er tanzen will es geht nur darum wie du dich fühlst und nicht wie du dabei aussiehst komm jetzt hier laden ab wir legen eine schicht gummipolster auf diese latten hier und dann kommt eine weitere lage latten im rechten winkel obendrauf wie vierecke gut leo danach wird die letzte lage latten wieder im rechten winkel aufgelegt das ist ein muster wie bei einem gitter so dass es 35 meter lang was ist denn das das ist eine disco kugel die kommt über die tanzfläche wenn sie sich dreht spiegeln sich die lichter darauf wieder siehst du das ist ja wunderschön darunter würde ich sehr gern tanzen wenn die wenn wir nicht bald weitermachen tanzt heute abend niemand darunter also los wo ist simon und wir wollen unseren tanz vorführen er ist nicht hier ist nicht schlimm sportis hochhausen auf zum training macht ihr nichts draus antrum ich kann auch nicht tanzen jeder kann tanzen du musst nur deinen eigenen stil finden kommt mit wir gucken uns die tanzfläche an hier lang ich tanze ich kann doch tanzen ich kann konzentrieren sie sich brauer ich muss das perfekt können bis heute abend noch einmal und bitte etwas mehr gefühl vorsichtig ganz sanft die kniebeugen das ist echt cool wie toll es wäre wenn wir darauf tanzen dürften ist das hier meine tanzfläche hier 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 zu mir hoch ich mache ihn am stützturm fest hier schalte ihn ein leo wir sind so weit okay bob Der Sessellift ist fertig. Wahnsinn! Wollt ihr Snowboarder eine erste Fahrt wagen? Ja, bitte. Danke, Team Bob. ARD Text im Auftrag von Funk Vielleicht könnte ich die Piste doch mal kurz ausprobieren, wo gerade niemand hinsieht. Wow, was für eine spitzenmäßige Aussicht. Ich kann sogar unser Haus sehen von hier. Hallo, Team Bob. Ho, 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 das macht Spaß. Seht alle her, das ist total abgewandt. Das ist ziemlich, ziemlich gefährlich. Oh, Bagger im Anflug. Stopp, Buggy. Ich kann nicht stoppen. Kein Wunder, du hast ja auch keine Schnee, Käften. Achtung, alle aus dem Weg. Vorsicht. Alles okay bei euch? Uns geht es gut, Bob. Das ist super cool. Bleibt ganz ruhig. Ich werde jetzt die Notbremse ziehen. Aber Bob, die Notbremse ist ganz da unten bei der Talstation. Dann gibt es nur einen Weg. Los, Bob. Aber pass auf meinen Schneemann auf. Abgefahren. Alles fest, Leo. Du kannst wieder starten. Okay, Bob. Ja. Ja. Es tut mir leid, dass ich eure Skipiste zerstört habe. Ich wollte einfach nur Spaß im Schnee haben, wie alle anderen. Vielleicht könnte ich es wieder gut machen, indem ich eine richtig große Sprungschanze baue. Ja, bitte. Das wäre total... Abgefahren. Ja. Das hört sich nach einem Plan an, Buggy. Wir kümmern uns um die Festbeleuchtung, während du die Schanze baust. Auf geht's. Wow, der ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow. Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer eins. So, alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, äh, ja, ähm, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann... Wie wär's damit noch einer superduper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Klaro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Na ja, äh, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Juhu! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich hab Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten. Dann muss ich das eben ohne Hilfe schaffen. Bis jetzt war ich gar nicht so schlecht, find ich. Der Fernseher müsste jetzt jeden Moment angehen. Das Tablet hat das Signal bekommen, aber das Bild ist total unscharf. Und wie ist es jetzt? Danke, Dennis Blitz. Du hast uns vor den grünen Schleimmonstern gerettet. Das war gar nichts. Wie sag ich immer? Mit einem Boom, Zoom, schlägt der Blitz zweimal ein. Ich glaube, der Fernseher läuft jetzt. Toll, Heppo! Juhu! Braucht ihr sonst doch irgendetwas? Wie wär's mit einem Getränkeautomaten, ein dieser Milchshake-Mixer? Schon unterwegs. Ich fahr zurück zu Fritti. Oh, sehr gut, Leo. Du hast die Stützbalken ganz allein festgemacht. Jetzt brauchen wir nur noch den Fernseher. Dennis Blitz, musst du uns jetzt schon verlassen? Tut mir leid, Team, aber der Fernseher muss jetzt abgeschaltet werden. Oh, Bob! Bleib länger. Bitte, Dennis, tu es für mich. Ich wünschte, ich könnte es. Äh, Wendy, der Fernseher muss jetzt ins Stadion. Wendy! Bob! Wo warst du denn? Der Fernseher muss jetzt rüber ins Stadion. Jetzt haben wir alles, um Mila anzufeuern. Danke, Heppo. Klasse. Oh, das ist bestimmt Schleppo mit dem riesigen Fernseher. Das geht einfach nicht schnell genug. Das klappt nicht. Wir haben nicht genug Zeit. Oh! Wow! Puh! Wow! Ich wusste gar nicht, dass du mit Pferden aufgewachsen bist, Wendy. Oh ja, ich bin immer auf Pferden geritten. Aus Holz auf dem Kirmeskarussell. Hä? Großartig, Bob. Das war toll, wie ihr meine Pferde zurückgebracht habt. Hoffentlich hast du auch noch eine gute Idee, wie man sie in den Stall bekommt, bevor es dunkel wird. Tja, da kann man nichts anderes machen, als nochmal neu anzufangen. Wir müssen alles wieder aufbauen, auch wenn's die ganze Nacht dauert. Ach, Buddel. Ich hab da alle mit reingerissen. Die Ställe wären längst fertig, wenn ich die Pferde nicht erschreckt hätte. Einem echten Cowboy wäre das nie passiert. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich das wieder gut machen kann. Also, ich hab ne Idee. Wendy und Heppo bleiben hier bei mir, um den Stall wieder aufzubauen. Leo, du bringst Buggy und Buddel zurück in ihre Garagen, damit wenigstens einige von uns genug Schlaf bekommen. Nur die Pferde leider nicht. Nach der ganzen Galoppiererei haben sie noch keinen Platz zum Schlafen. Die werden morgen nicht mal antraben können, weil sie so müde sind. Es gibt für sie keinen Platz zum Schlafen? Hör mal, Bob. Ja? Nein, Kuschel. Das ist nicht für dich. Gute Nacht, Buddel. Gute Nacht, Buggy. Gib auf dich acht. Pass auf, dass deine Bremse nicht kracht. Danke, dass wir eure Garagen haben dürfen. Du hattest recht, Leo. Unsere Garagen sehen fast wie Pferdeställe aus. Nur viel größer. Ja, drei Garagen für drei müde Pferde. Drei Eimer Hafer und drei Eimer Wasser. Ist das schön. Jetzt komme ich mir wie ein echter Cowboy vor. Ja. Das ist so toll, unter Sternen zu schlafen. Wie echte Cowboys im Wilden Westen. Gut gemacht, Cowboy Leo. Jetzt fühlen wir uns wie in einem richtigen Cowboy-Film. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schief gehen. Da wird nichts schief gehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt her. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist... Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Äh, ich denke darüber, Heppo. Ich kann es kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh. Ganz sachte. Pass auf. Oh, nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je. Die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck. Die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow. Was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Ähm, Bob? Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wäre es mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial. Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Okay, Heppo. Lass den Haken runter. Haken kommt. Zieh uns jetzt rauf. Juhu! Bob ist ein Dinosaurier-Cowboy. Juhu! Wir haben es geschafft. Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Juhu! Juhu! UNTERTITELUNG Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dinopark. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alles sehen zu können. Und mich erst. Diese Bieste aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Raventhal-Modelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich hab leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch zwei Minuten. Okay, Kumpels, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Äh, Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Können wir? Oh, ich bin sehr beeindruckt. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Oh, äh. Hm, ich war der Meinung, der macht Geräusche. Der Weihnachtsschmuck ist fast fertig und ich hab Bob immer noch nicht sein Geschenk gegeben. Jetzt testen wir die Schneemaschinen. Wollt ihr dabei zusehen? Oh ja, das will ich. Auf jeden Fall. Ähm, ich komme gleich nach. Oh, Heppo, bitte. Bring nicht wieder alles durcheinander. Mach ich nicht. Ich würde Bob so gerne sein Geschenk geben, sobald es schneit. Aber wo ist es? Höh. Da. Da. Noch ein kleines Stückchen weiter. Ups, zu weit. Oh, oh. Bleib dran, Bob. Ich starte gleich die Schneemaschinen. Okay, keine Panik. Einfach zurückfahren jetzt. Langsam und sachte. Geht nicht, neuer Plan. Einfach mal ordentlich ziehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nochmal. Also gut, Wendy. Lass es schneien. In drei, zwei ... Oh, nein! Oh, nein! Bleibt alle da! Bewegt euch nicht! Oh, oh. Oh, oh. Was soll ich tun? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Fahr nach rechts. Jetzt! Oh. 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 Das ist kaputt. Ach, herrje. Was für ein Chaos. Wie ist das passiert, Herr Bo? Ich wollte dir nur dieses Weihnachtsgeschenk geben, aber ich habe mich dabei so ungeschickt angestellt. Jetzt habe ich allen das Weihnachtsfest verpfuscht. Das tut mir so leid, Bob. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspiel-Talent gezeigt habe. Psst, Leo. Da ist der Regisseur. Deine Chance entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf. Hinter dir steht ein gefährlicher Weltraum-Roboter. Der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo. Das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh. Also, für die Mondoberfläche haben wir zwei verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens dieser Sand. Er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier. Der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch. Gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein? Eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraum-Roboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl. Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh. Ich gebe es auf, Buggy. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Entschuldigung. Vorsicht. Hier kommt Brudel mit einem großen, bösen Roboter. Hallo, Wendy. Hast du Leo gesehen? Ähm, nein. Ist schon eine Weile her. Ungefähr hier, Karl? Soll hier der große Roboter hin? Das ist perfekt, Bob. Okay, Heppo. Er ist schwer, also vorsichtig anheben. Hey! Fein rüber zu mir. Und stopp. Und jetzt setz ihn vorsichtig ab. Runter. Ja, genau hier. Heppo kann nicht vorwärts fahren. Seine Räder hängen in der Luft. Was sollen wir nur tun? Schade, dass wir ihn nicht wie ein Fisch an Land ziehen können. Halt, warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Heppo, nicht bewegen. Du tust jetzt genau das, was ich dir sage. Buggy, du fährst jetzt langsam vorwärts, sodass deine vordere Schaufel direkt unter Heppos Haken ist. Aha. Heppo, lass deinen Haken so runter, dass Buggy ihn auffangen kann. Wendy, Leo, ihr folgt Buggy und bringt Heppos Haken unten am Pfeiler an. Hilfe! Hey, alles wird gut, Heppo. Fertig, Bob! Okay, geht ein Stück zurück. Und jetzt, Heppo, ziehst du deinen Haken ganz langsam zu dir. Oh. Ja, genau. Das machst du gut. Und jetzt vorwärts. Schön vorsichtig. Ja! Gut gemacht, Heppo. Dankeschön, Bob. Es tut mir leid, Heppo. Ich hätte einfach nicht so nah an den Fluss gehen dürfen. Ich habe Heppo in Gefahr gebracht und ein Teil der Brücke ist futsch. Den Lauf habe ich auch verdorben. Ach, Kopfhucht, Buggy. Du hattest vorhin die rettende Idee, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Du hast gesagt, wir sollen Heppo wie einen Fisch an Land ziehen und genau das haben wir auch getan. Aber hässliche Zähne und Stacheln auf dem Rücken hat Heppo nicht. Wenn wir alle mit anpacken, können wir die Brücke noch rechtzeitig fertig kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Herzlich Willkommen allerseits zum Hochhausener Streckenlauf. Der Gewinner bekommt diesen Pokal und hat die Ehre, unsere neue Fußgängerbrücke einzuweihen. Viel Glück euch allen! Auf die Plätze! Aber ich habe Sarah Zappel ihre Startnummer noch nicht gegeben. Dafür ist jetzt keine Zeit. Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh! Ah! Kommt schnell! Wir gehen zurück zur Brücke. Ich will sehen, wer gewinnt. Wir treffen uns an der Ziellinie. Wartet! Da ist der... Dennis Blitz! Ja! Oh nein! Er geht! Ich muss ihn kennenlernen! Okay, Leo, das hier sind die Feuerwerkskörper. Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken. Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben. Wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen. Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben. Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen. Dann würde ein Feuer entstehen. Ganz genau. Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren. Da ist der! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Ah! Buddel! Dennis Blitz! Los, halt an! Ah, Buddel! Entschuldige, Leo, aber ich suche Dennis Blitz! Ah! Puh! Die Öffnung zeigt immer noch nach oben. Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Bob, der Baumeister? Oh, Dennis. Freut mich, dich kennenzulernen. Wow! Du hast einen Hammer und einen Meißel. Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat. Sieh mal, Dennis. Ich hab einen Krass. Und ich kann toll buddeln. Dennis, wir müssen los. Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste. Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne. Wow! Ihr seht super aus. Hm, das könnte noch eine Weile dauern. Wow! Was für eine Schaufel! Dennis muss hier irgendwo sein. Hey, Budde! Kannst du mir helfen? Äh, natürlich. Äh, was kann ich für dich tun? Du könntest für mich nachsehen, ob die Lichter an den Feuerwerkskörpern noch grün sind. Wenn sie rot leuchten, weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Kein Problem, Bendy. Bendy? Bendy? Ich sehe grüne Lichter. Und Dennis Blitz! Bendy? Mit einem Boom! Zoom! Muss ich jetzt los! Wo ist er nur hingegangen? Die Lichter sind grün. Das kann ich abspeichern. Mit dem Feuerwerk ist also alles klar. Sie will dir guten Tag sagen, siehst du. Was ist denn los, Budde? Ich fühle mich auf einmal so zittrig. Und seit wann fühlst du dich so? Seit dieser Drache da ist. Ach, Budde, du hast einfach Angst. Aber das brauchst du überhaupt nicht, Budde. Durch die Sicherheitsscheibe ist das Gehege gut geschützt. Ich mag ihn nicht mal ansehen, Bendy. Er ist so schleimig und zischt wie es. Eigentlich sind Komododrachen gar nicht schleimig. Ihre Haut fühlt sich ganz trocken an. Ich glaube, wir müssen ihn ablenken, Bob. Budde? Meinst du, du kannst uns trotzdem bei der Brücke helfen, auch wenn die Echsen jetzt auf der Insel sind? Tut mir leid, das schaffe ich nicht. Das macht nichts, Budde. Wir übernehmen das und für dich finden wir was anderes. Also, alle Komododrachen sind jetzt drin. Ist Budde eingeschlafen? Wir haben gerade festgestellt, dass er große Angst vor dem Komododrachen hat. Vielleicht könnte er dir woanders im Zoo bei etwas aushelfen. Du könntest vielleicht das Gehege dort drüben aufräumen. Das übernehme ich gern. Gute Idee. Budde, komm mit. Ich bring dich weit weg von den Drachen. Hätte ich Budde sagen sollen, dass er das alte Gehege der Komododrachen aufräumt? Sind auch wirklich keine Drachen mehr drin? Das ist ganz leer. Dann ist das bestimmt in Ordnung für ihn. Leo, Heppo, Buggy, wir bauen jetzt die Brücke fertig. Alles klar. Ja, Bob. Also los! Wir haben viel zu tun, doch jeder hilft ja mit. Jeder ruft jetzt auf, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Puh, Eier. Was machen die denn da? Das sind ja mindestens drei Stück. Und da sind noch drei und noch mehr. Sieht aus, als wäre es die ganze Ladung. Wo mag nur die Vogelmama sein? Ich kann sie nirgendwo entdecken. Ich muss sie schnell finden, damit sie sich um ihre Eier kümmert. Vielleicht schlüpfen die Küken bald und sie brauchen doch jemanden, der für sie sorgt. Ich muss Jenny finden und fragen, was ich tun soll. Aber sie ist dort drüben bei der Dracheninsel. Oh, oh, es hilft nicht. Ich muss zu dieser Insel. Ich will nicht, dass den Eiern etwas passiert. Vorsichtig! So kann sie nicht fliegen. Der ganze Beton klebt noch an ihr. Dann müssen wir ihn schnell abkriegen, bevor er trocknet. Vielleicht... Ja, Heppo, könnten wir Stella in deiner Werkstatt mit der großen Waschanlage sauber machen. Das ist eine tolle Idee. Aber vielleicht sollte Buddel sie auf seiner Ladefläche dahin bringen. Das tue ich gern. Ich bring sie sicher dahin. Ich möchte sie fahren. Ich bin an allem schuld und mach das wieder gut. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Heppo. Es geht einfach schneller, wenn Buddel sie fährt. Wenn du dich um Stella sorgst, kannst du ja mitkommen. Du hast recht, Wendy. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann rollen wir mal los. Hm? Musik Oh, Stella, sieh doch nur, wie du glänzt für deinen großen Flug. Sie kann nicht sprechen, Buddy. Ich weiß. Wir haben noch ein Problem. Der Fallschirm ist zerrissen und wir haben keinen Ersatz. Ohne Fallschirm kann Stella nicht in den Weltraum. Wie soll sie denn sonst wieder sicher zur Erde zurückkommen? Hm. Bob, ich weiß, wie wir den Fallschirm reparieren können. Peppo, bitte ganz vorsichtig. Sehr gut gemacht. Jetzt fahren wir zum Kontrollzentrum. Musik Seid ihr bereit für den Start? Ja! Und? Fliegt Stella endlich los? Ich, ich halte es einfach nicht mehr aus. Das verstehe ich. Geduldig sein ist echt schwer, Tim. Jetzt geht's los. Alle zusammen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Buddel, geht los. Und, Buddel, gehen die Lichter? Oh, äh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar. Okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. Höh! Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Wow. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Bob, Heppo, warte. Die Stützbalken brechen zusammen. Oh. Heppo, beweg dich langsam weg. Aber Bob, der Schwanz fällt gleich runter. Keine Sorge, ich fange ihn auf. Ich freu euch immer noch auf. isp sind. aufgaben. euch ist es extreme. Mitchell